So dann 3, 2, 1, was geht ab jetzt? Willkommen zurück zu einer Gau... Waaaack! 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 Ich bin ein Wackspiel! Aaaaaack! Scheißspiel! Ich bin aber heute alle und ich spiel Tristar! Oh Tristana? Nee jetzt Tristar. Ich war fleißig. Warte, Christian hat das freigespielt? Das tut mir leid. Christian, du hast den Hammer, right? Das hat mir mehr angetan als dir, weil ich hab mich dadurch in den Stud reingebaut. Nice, finally! Guck mal, der zweite von Pink's Meat. Für den letzten Event gaben irgendwie 10.000 oder 15.000. Boah, das hast du gut gemacht. Rechts lang. Machen wir, machen wir. Ein HP ist verloren, alles easy. Das war nicht gut. Links. Als wenn der sich da einfach überschlägt. Oh Gott, Junge, du bekommst du den. Maaann. Hab wohl dich gefickt. Alter, ihr habt ganz schön Speed drauf da vorne. Find ich überhaupt nicht gut. Oh ja, ich hab wirklich zu viel Speed drauf. Alter, was geht? Arschloch. Ich musste doch dem Rasenmäher ausweichen. Ach so, du hast mich voll in den Rasenmäher mal geschoben. Der lebt noch. Alles geschafft. Will er nicht vom Big-Up kommen? Alter, ey. Oh nein. Spielt jemand, das spielt freiwillig mit Tastatur? Nee, ne? Nee. Stimmt, ganz viele. Das tut mir echt leid für die. Aber wenn du dich da rein... Mach nicht so viel rechts, links. Alter, Sebastian, links. Ja, das fickere ich, Alter. Das wollte ich gerade sagen. Mach nicht so viel rechts, links. Ja, mach nicht so viel links, Alter. Dann stehst du gleich vor mir. Ich hab es gecallt, Peter. Da ist eine Kurve. Soll ich rechts fahren in der Kurve oder was? Nein, aber du machst so ein Wibbel rechts, Wibbel links. Ich will, dass zweimal mir jetzt passiert ist. Oh, da wurde jetzt richtig... Aber Peter, ein bisschen tut mir das leid. Aber ich hab das schon kommen sehen. Ach, das ist doch belastend. Und dort ist gar nichts... Das ist Lama. Das Ding ist gefickt, Mann. Der Fati, die Person sah genau so aus wie du. Oh, Mann, ey. Mann, German Monster-Kocke. Bitte was? So ein Monster-Kocke. Peter hat auch seine eigenen Fäden. Nein, ich hab mich auf die Seite gelegt. Fick dich! Ach, deine Mutter! Die hat mich gestern wirklich... War ein bisschen unnötig, ehrlich. Warte dir auch, unser Monster-Kocke. Wie schnell ist denn der mit seinem Rasenmäher? Ich fick den jetzt weg. Ich will vor dem Lama. Ich bin fast schneller. Mann, bist du uneherenhaft, Alter. Du kannst doch nicht wegficken. Doch, der ist voll. Der ist schneller als ich. Der ist doch nicht schneller als du. Der hat doch... Der hat vielleicht schneller als du. Aber der fährt doch max mit 130 oder so. Ja, aber der ist trotzdem besser als ich. Aber die Drohung hat geholfen. Er ist einfach aufs Gras gefahren. Aufs Gras. Gefällt mir nicht, was da hinter mir passiert. Du Arsch! Oh, das war maximal gut. Aber ist das eine Ehrenregel oder was? Darf man den Rasenmäher mal nicht killen? Nein, wenn einer mit einem Rasenmäher fährt, ist das nicht die Ehrenregel. Das ist eine Ehrenregel. Ja, das ist eine Ehrenregel. Das ist gut zu wissen, dass das eine Ehrenregel ist. Das sind doch so Leute, auch wenn einer mit einem Potti fährt oder so. Muss man den doch nicht leben lassen. Wirklich? Ja, das sagst du vielleicht. Aber wie gesagt, wenn das die Ehrenregeln sind, wenn die wieder zurück sind, dann... Das steht auf der offiziellen Genfer Ehrenregelliste steht. Mit Paragraph 3 oder so. Ja, das wusste ich noch nicht, dass es die Ehrenregel wieder gibt. Ich dachte, die hätten wir abgeschafft. Wir haben auch abgeschafft. Bis auf die. Bis auf Paragraph 3. Nur die, die dir gefallen, die Ehrenregeln. Alter, was ist denn jetzt mit dir los, Jake? Ja, wirklich, was ist falsch mit dir? Also wirklich. Geht doch darum, dass man halt kein Assi ist. Das sagen geht es doch nur. Ja, aber ich bin Assi. Alter, Gott sei Dank, danke. Kann man davon bitte jemanden klippen? Dann kann ich mir gleich rausschneiden. Ja, kannst du warte. Das ist doch okay, wenn ich ein Assi bin. Wie still er war. Wie still. Ich bin aber noch nicht vor dir. Wie still. Und das auskosten wollte. Ich hab dich schon gewundert, ey. Ich schaff's einfach nicht an dir vorbeizukommen. Das ist so bitter. Alter, diese Karre ist... Ich hab meine Frau erzürnt. Hast du eine Frau erzürnt? Ja, ich glaub, sie hat gerade... Eine oder deine? Eine von meinen Frauen hab ich erzürnt. Rebecca? Ich hab die Tür nicht zugemacht. Und Breakfast ist jetzt nicht da... Oh, dann war ich die Spiel. Dann kriegst du so einen bösen Blick und die Tür wird schnell zugemacht. Nee, ich hab nicht mal den bösen Blick gekriegt. Ich hab einfach nur die Tür gehört. Oh. Und wie dann jemand hochgestampft ist. Peter, jetzt lass mich doch nach hinten... Alter, füllt hier, du Arsch. Hahaha. Na, ich sag's so, wie's ist. Nein. Scheiße. Ich sag's so, wie's ist. Man... Da zweimal sogar, glaub ich. Ja, oder dreimal. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen. So, erstmal richtig geil. Alten Fehler wieder. Wieso... Was hat die Kamera jetzt so Probleme? Ein alter Fehler. Was ist denn der alte Fehler? Nee, die Kamera Probleme hatte. Die Linse zersprungen. Ja, aber ich bin... Sieben Jahre Pech. Richtig. Alter, ich hab die ganze Runde, Junge. Als wenn... Ich sag's, der muss ich mit Tastatur entwicklen. Wie geil bin ich denn? Ja, ich hab aber mal ein Muffin im Mund. Alter, du bist einfach... Du bist einfach eine halbe Sekunde schneller gefahren. Alter, ich bin einfach... Assi. Ja, das stimmt. Jonathan, vielleicht solltest du öfter mit der Tastatur... Alter, halten wir fest. Jay hat gar keinen Nachteil durch die Tastatur. Nee, eher ein Vorteil. Das ist Gott und Vollfeld irgendwie verwechselt. Alter. Oh, Herse. Was kannst du, Auto? Hier, wenn du nur Gas gibst, zieht der schon hinten weg. Oh, nee. Wie kann man denn hinten wegziehen? Bobby, sorry. Nee, da muss ich gerade mal. Also wenn du nur Gas gesteckt, der hinten schon aus. Ah, Martin, Martin. Das sieht doch alles beschissen aus, sieh alles, ey. Das war sexy. Das war schwierig. Warum, Lolle, du mieser Spacken? Jawoll, Alter. Alter, wie die... Fliegen. Oh, da hat Lolle einen abgekriegt von mir. Ja, richtig gut. Weg mit dem. Die mag, tut mir leid, aber du musst leider weg. Ich mag den nach einem Neuzahlen. Fahr mal von hinten. Toll, Alter. Das war doch ein Mannöver. Oh, Lolle, Mann, ist hingefrogen. Neuzahlen. Oh, shit, da ist jemand gegen den Reifen gefahren. Happy, ich dreh dich nicht. Der ist, glaube ich, von sich selber einfach irgendwo hin geflogen. Happy, lass dir nichts erzählen. Häschen, bitte ich drehen. Ah, was hieß denn? Happy, gib Gas. Er ist den Häschen. Du bist Häschen. So bin ich den Häschen. Der hat gesagt, ich soll dich Häschen nennen. Oh, Loll. Martin, Martin will nicht. Oh, das ist Alina Battle Angel. Oh, shit. Oh, das ist dein Auto. Cool. In der Herse, ja. Christian, du hast einen schicken Wagen, muss ich sagen. Oh, shit. Oh, Gott. Jay, was war das denn? Das war, das war, das war, das war, die pushed me out. Alter, hier ist doch das Abwürzen gezielt. Ich kann nicht, die, die, das Bremsen ist nicht so geil, sag ich dir. Ja, ja, alles gut. Vor allem auf, äh, auf dem, auf dem Kiesel ist das noch schlimmer. Ich mochte den, äh, super, sehr gerne. Der steuert sich gut. Ich muss aber sagen, der Hammerhead steuert sich in Kurven noch besser. Ja, ja, der ist geil. Also mehr gerade ausstrecken, weniger vor. Achter, das ist Lolle. Ja, ist mir scheißegal. Oh, Sky Chaos, was ein Battle hier zwischen uns. Hey, hey. Machen wir. Gute Wichser. Happy. Fahr mal links, Mann. Strecke, Falschbrug. Oh, Alina, Battle Angel, Alter, geh doch mal weg. Battle Angel finde ich auch gut. Ja, das ist eine Kampfangel. Die gab es doch in, äh, hier in der, in, in Legion, bei WoW. Da gab's die legendäre Angel. Die Battle Angel? Mit der konntest du auch kämpfen. Ja. Gab's die nicht vorher schon von der Regel? Ah, nee, das war immer nur eine Nummer. Lock. Ja, Killing. Was war da denn los? Roger. Warum? Ich kann dich zurücksetzen. Du schiebst dich die ganze Zeit an. Ja, weil du nicht wegfährst. Ja, ich wollte zurücksetzen. Nee. Ui, 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 hier ist nochmal Karambolage. Oh. Bobby, mach keinen Sch... Ach, Jay, du Pimmel, ey. Ja, Jay, was machst du denn auch? Das hast du doch wirklich verdient, wenn du mich da in die blöden Reifen drängst. Du schiebst mich die ganze Zeit zurück. Wenn du mich in die, mich in die blöden Reifen drückst. Nee, du hast geschoben. Du hättest einfach nach links fahren können. Nee. Ja, doch. War keine Chance. Nee, keine Chance. Nee, gar keine Chance. Wie kann ich zurückgucken? Ich hab Angst. Was ist, welche Taste A? Nee, oh Gott. Welche Taste A? Pause externe Perspektive. Was ist denn zurückgucken? A ist Arschloch. Auf der Tastatur. Scheiße, muss ich da mal gucken. Wir kennen die Tastatursteuerung auch nicht. Ja, logischerweise. A ist A. Na, 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 na. A ist A. A, 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 A. Steuerung, ey. Ja, Sky Chaos, das war awesome. Ich kann hoch und runter schalten. Sky Chaos, das war awesome. Wieso ist er denn sechster und du zweiter? Ja, weil wir ein richtig geiles Rennen hatten. Ich glaube, der wurde irgendwann dann von dem Rückwärts, also hier, anderswo fahren dann getroffen. Du, wie der letzte Runde, Peter hat in der letzten Kurve nochmal weggefickt. Peter hat einfach nochmal kurz einen Schüttler nach rechts gemacht. Nein, wir hatten ein richtig gutes Duell. Ja, da mach ich vor Sky Chaos am Ende. Wurde leider dann gedreht. Hm. Ja, aber nicht von mir. Das Match wird unseren Aussagen. Nee, tu nicht den. Bist du fertig? Keinen, der so aggressiv knuspert wie Sepp. Ja, aber der hat aber auch dauerhaft sein Mikrofon an. Der hat aber auch dauerhaft sein Mikrofon an. Jetzt gerade nicht, aber... Es ist aber auch so... Ich hasse dich, Spekulatius. Oh shit. Sepp, mach mal Raider. Ich musste noch mit Hass mein Spekulatius essen. Ja, hat man gehört. Der ist auch der Einzige, der es schafft, einfach so ein Stück Fleisch knuspert zu essen, obwohl es roh ist. Wirklich? Oder Hackfleisch mit Soße. Au, und roh! Jawohl! Der hat alle gefickt. Das war's. Man! Man bremst, mein Freund. Das ist kein guter Start gewesen. Ich bin nur 16, und du? 12er. Ich bin 16er. Hä? Ja, ich bin gerade nach vorne gefahren. Das wäre jetzt gerade der Sekunde mir vorbeigefahren. Aber wie kann man sich einfach nur als Buster im Weg stellen, ne? Das ist halt aber auch so wirklich eine gute Sache. Das ist wirklich das Letzte. Oh, der Sky Chaos wieder. Was ist denn jetzt los? Der fährt doch. Sky Chaos, du musst hier oben fahren, ja genau. Guck mal, wie viel Schwung ich hab. Ich hätte den Trick nie verraten sollen, ne? Ja, hat geklappt. Hallo, den hab ich selber rausgefunden. Probe mal der Wandler anzufahren, ist ja der mega. Oh Gott, das war aber nicht so gut von mir gerade. Schick dir mal einen Gamestar. Geben die noch 50 Euro für solche Tipps? Schon haben die mal gemacht, ne? War damals zur Zeit. Wie gesagt, ein Freund von mir hat damals gesagt, in Age of Empires 2 kannst du die Schafe einfach als Aufklärung benutzen. Katsching. Oh, Mann! Ah, Hurensohn! Alter, der hat einfach keine gute Kurvenlage hier. Was schenk ich denn hier meinen ersten Haus? Meine Mutter kann auch nichts für, da ich dich gerade weggeballert habe. Nein! Nein, Bram, was machst du da? Unlucky timing. Richtig kacke durch die Kurve gehen dadurch. Oh, ist okay. Oh, ich sehe gerade, wir fahren ja sieben Runden. Ja, hier geht's ab. Ja, ich hoffe, hier wird doch mal was gerackt, aber irgendwie... nicht. Oh Gott! Bram! Oh, easy! Aber keiner! Oh Gott! In der Luft eingerammt. Voll der Spekulatius-Rülpsack. Ja, der war auch aggressiv. Nein! Oh Gott! Eck da, Alina, Battle-Angel. Ach nee, nicht der nächste auch noch! Ach, komm, ich muss mal nach vorne! Jetzt knüfft hier noch kurz die Wand. Okay, da ist jetzt erster. Ekelhaft. Rapp den mal bitte weg. How about no? Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh! Okay, das war... Oh, Christian, oh, oh, oh! Das war aber sowas von... Alter! Okay. Nicht Peder! Peder darf nicht gewinnen, der Wichser! Hä, warum? Weil du mich gerade voll weggefickt hast. Ja, okay, das war unlucky Timing, aber da war ja keine Absicht dahinter. Aber trotzdem will ich dich da... Will ich nicht, dass du gewinnst, aber du wirst gewinnen. Ach, es ist, Alter, du Loser! Verkackt! Aua! Alter, ich krieg gerade noch hart auf die Schnauzen, ey. Das war richtig doof. Da hab ich zu tief geschürft. Letzte zwei Runden waren echt ein Fickfest in mein Gesicht. Nee, auch wirklich... Oh Gott, oh Gott! Autsch! Der hat bist einfach auf seiner Beifahrertür gefahren. Ja. Naja, immer ein Siebter. Deutlich voll Neuzahnstein. Aber Little Trasher klingt auch echt nicht so neilig. Das war ja eigentlich, wir haben da vier Plätze da hinten in der Vorhine. Ja, du warst Erster, wa? Ja, aber wir mussten in der Luft... Ja, das passiert hier schon mal schnell, dass man halt sich dann so trifft in der Mitte. Ja, Peder lackt sich da durch, ey. Ach, geil! Die schnellste Runde auch! Glaube ich. Oder hat dir jetzt noch jemand gesnackt? Da, Kader mit dem Battle-Bus jetzt. Ah, doch nicht. Schade. Yay! War ein Lucky Punch auf jeden Fall von Peder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss! Tschau! Tschau! Tschau!